Millionen Rentner warten. Wann geht denn endlich die Rentenerhöhung los? Wann kommen die neuen Rentenanpassungsbescheide? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, eine Frage, die einen Interessenten von Rentenbescheid24.de dringend auf den Nägeln brannte oder brennt. Wann geht denn endlich die Rentenerhöhung für das Jahr 2024 los? Die Rentenerhöhung ist doch beschlossene Sache. Wann kommen denn die neuen Rentenbescheide, die Anpassungsbescheide? Meine Damen und Herren, ich kann immer nur in die Vergangenheit schauen und immer sehen, wann es denn letztes Jahr im Jahr 2023 losgegangen ist. Aktuell gibt es noch keinerlei Erklärungen durch die Rentenversicherung, wann die Rentenanpassung als solche beginnt. Aber im letzten Jahr 2023 startete die Rentenerhöhung 2023 am 16. Juni 2023 und hat dann irgendwo in der letzten Woche im Juli 2023 geendet. Das heißt also, über einen Monat lang wurden rund 25 Millionen Rentenanpassungsbescheide versandt und zwar an 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Und genau das Gleiche passiert dieses Jahr auch. Und jetzt werden sie sich die Frage stellen, gibt es da irgendwie eine Reihenfolge, eine Rangfolge? Wer ist als erstes dran? Wer bekommt im Juni den Anpassungsbescheid und wer bekommt den zuletzt? Meine Damen und Herren, es ist relativ einfach. Alle die Leute, die ihre Rente vorschüssig erhalten, also sprich für den Monat Juli im Juni, die bekommen ihren Rentenanpassungsbescheid schon im Juni. Klare Sache. So, wer aber seine Rente nachschüssig bekommt, das heißt also Ende Juli für den laufenden Monat Juli 2024, der bekommt seinen Rentenanpassungsbescheid in aller Voraussicht nach erst im Juli, vielleicht sogar sogar auch erst in der letzten Juli-Woche. Meine Damen und Herren, es geht ganz langsam los. Die Drucker werden scharf gestellt. Der Postrentenservice der Deutschen Rentenversicherung bei der Deutschen Post arbeitet fleißig. Ich weiß das. Millionen Rentenanpassungsbescheide werden rausgeschickt und werden sozusagen auf ihre Empfänger warten. Und das, meine Damen und Herren, sind Sie. Und deshalb können Sie sich freuen. Die Rentenerhöhung 2024 startet bald. Und zwar, ich vermute, am 16. Juni 2024. Mitte Juni 2024 geht's los. Dann bekommen Sie Ihre ersten Rentenanpassungsbescheide. Die werden nicht nur ins Inland verschickt, sondern auch ins Ausland. Es gibt einen Personenkreis, der den Rentenanpassungsbescheid nicht bekommt. Das wäre die Sub. Das würde dann der Fall sein, wenn es eine Nullanpassung gäbe, dann würde es keine Rentenanpassungsbescheide geben. Dazu gibt es auch gesetzliche Vorschriften. Die Rentenanpassung als solche ist in § 118a SGB VI gesetzlich geregelt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich habe dazu einen extra Beitrag auch fertig gemacht. Alles andere auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.